Oh Mann ey, was gibt es schöneres, als an einem sonnigen Tag ein paar Kommentare von euch zu lesen? Und oh, was lese ich denn hier? Kannst du mal wieder anrufen? Ich bin neu in der Gruppe. Oh Mann ey, ich muss wirklich sagen, diese Kommentare lese ich wirklich sehr, sehr oft. Ihr wollt also, dass ich euch wieder anrufe? Ja gut, dann machen wir es einfach mal, Freunde. Wir verlieren gar keine Zeit, sondern gehen sofort auf den Discord-Server von mir und rufen einfach mal die Lami-Army an. Dafür gehen wir einmal an den Computer und... Hä? Was macht denn Emily auf meinem Bildschirm? Hey! Nein, Spaß Emily, bitte hau mich jetzt nicht deswegen. Und Freunde, hier sind wir auch schon auf meinem Discord. Und Leute, wir haben hier im Discord auch schon Bescheid gesagt, dass wir jetzt ein paar Zuschauer anrufen werden. Und Leute, jetzt guckt euch einfach mal an, wie viele Personen hier schon warten, darauf angerufen zu werden. Leute, das hört einfach nicht auf. Guckt euch das an, wie viele das sind. Oh mein Gott, Leute, ähm, es hört halt wirklich nicht auf. Es sind locker über 100 Leute hier. Und Freunde, ihr wisst ja, wie das abläuft. Ich werde irgendeine Person jetzt einfach anrufen. Dann werde ich diese Person eine Frage stellen. Und wenn die Person diese Frage richtig beantwortet, dann bekommt sie Bubux. Und ich würde sagen, die erste Person, die jetzt drankommt und das Video sozusagen startet, ist die liebe Lea. Moment. Zack. Okay. Lea, bist du vielleicht da? Hallo? Lea? Hallo? Hallo? Lea, hallo? Oh mein Gott. Hallo? Okay, du bist die erste Person, die jetzt in dem Video drankommt, okay? Okay. Du weißt ja, wie das funktioniert. Ich stelle jetzt eine Frage. Und wenn du die richtig beantwortest, dann bekommst du Bubux, okay? Okay. Okay. Okay, bist du bereit? Ja. Okay. Die Frage lautet, was ist mein Lieblingsessen? Döner. Döner? Das ist absolut richtig, Lea. Damit hast du die Frage auch schon direkt beantwortet. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar, was ist dein Lieblingsessen, Lea? Pommes. Pommes? Okay. Und magst du auch Döner? Ja. Und wie isst du deinen Döner? Komplett? Oder muss da irgendetwas raus? Alles. Alles? Das ist die richtige Antwort. Also bekommst du dafür auf jeden Fall ganz, ganz viele Bubux. Und damit kannst du dir dann auch das Lamy Cape kaufen und den Lamy oder Emily Merch. Hast du das schon? Ich habe nur den Lamy Merch, den Emily Merch, bis ich noch kaufe. Okay, Lea. Dann war es das auch schon. Du bekommst auf jeden Fall als allererstes Bubux. Und danke schön, dass du mitgemacht hast. Ja. Ich freue mich. Willst du noch irgendwas sagen? Oder willst du noch die Zuschauer grüßen? Oder irgendjemand anderen? Ich grüße alle. Alle? Okay. Leute, fiegt euch alle Grüße von der lieben Lea. Und danke schön, Lea. Bitte. Oh mein Gott, Freunde. Was hatte Lea bitte für eine süße Stimme? Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen aufgeregt war. Aber, Freunde, glaubt mir. Ich bin genauso aufgeregt, wenn ich mit euch rede, meine kleinen süßen Pupsis. Aber, Freunde, machen wir einfach mal weiter mit der zweiten Frage. Und, Freunde, die nächste Person, die wir jetzt einfach mal dran nehmen, ist hier. Mia, die liebe Mia-Robloxy. Und, hallo, Mia, bist du da? Hallo. Oh, Mia, was geht ab, ey? Nichts. Nichts. Okay, sehr gut. Bist du bereit für die Frage? Ja. Okay, du weißt, worum es geht, ne? Du kannst hier Bubux gewinnen. Das heißt, du musst dich jetzt konzentrieren, ja? Ja. Würdest du sagen, du kennst mich gut? Ja. Okay, dann kriegst du zwei Fragen, okay? Das sind aber zwei leichte Fragen, ja? Okay. Okay, die erste Frage ist, was ist meine Lieblingsfarbe? Blau. Blau, richtig. Okay, wenn du die zweite Frage beantwortest, dann bekommst du die Bubux. Die ist aber auch leicht, aber mal gucken, ob du die Frage beantworten kannst. Und zwar, wann hatte ich Geburtstag? Zweiter, Vierter. Zweiter, Vierter. Ey, warum kennt ihr mich so gut? Aber, ja, das ist auf jeden Fall richtig, Mia. Du bekommst also auch ein paar Bubux. Danke. Gut, Mia, dann war es das auch schon. Willst du aber noch irgendetwas sagen für die Zuschauer oder irgendjemanden grüßen? Also, ich grüße meine beste Freundin, äh, die heißt auch Mia. Auch Mia? Okay, dann schöne Grüße an alle Mias. Okay, danke. Tschüss. Danke schön, Mia. Tschaui. Aber, Freunde, bevor wir jetzt weitermachen, ihr müsst natürlich in den Kommentaren immer die Fragen mit beantworten. Und, Freunde, ich weiß jetzt nicht, ob die Fragen zu leicht sind oder zu schwer sind, aber ihr könnt ja mal jetzt gerne neue Fragen in die Kommentare schreiben, die ich dann im nächsten Anrufvideo benutzen kann. Aber, Freunde, kommen wir jetzt erst mal zu der dritten Person. Let's go. Und, Freunde, wir hatten jetzt schon zwei Mädchen am Start. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen kleinen Jungen. Und ich glaube, hier habe ich den perfekten Kandidaten gefunden. Er heißt aber Laminaldo. So, den rufen wir jetzt mal kurz an. Hallo, Laminaldo. Bist du am Start? Hallo. Ja, Lami. Was geht ab, Laminaldo? Du bist jetzt der Dritte hier am Start. Hörst du mich? Ja. Okay, und du weißt ja, wie das Ganze abläuft. Du bekommst jetzt eine Frage von mir und wenn du die richtig beantwortest, dann bekommst du Bubux, okay? Okay. Okay, bist du bereit für die Frage? Die ist jetzt ein bisschen schwerer. Ja. Okay, die Frage lautet, wie viele Abonnenten ungefähr hat mein Lami Gaming Kanal jetzt? Aber nicht nachschauen, ne? Nicht schummeln. Ja. Was würdest du sagen, so ungefähr? Vielleicht, ähm, fünf, fünf, zigtausend. Fünfzigtausend, das wär schön. Okay, warte mal, ähm, wenn du jetzt 50 minus 15 machst, wie viel ergibt das? Fünfunddreißig. Okay, und wie viele Abonnenten hab ich? Fünfunddreißigtausend. Ja, richtig. Hehe, okay. Möchtest du aber noch etwas den Zuschauern sagen oder irgendjemanden grüßen? Also alle Lami abonnieren und liken jedes Video. Sehr, sehr wichtig. Genau. Sehr, sehr wichtig und richtig. Okay, Laminaldo, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und danke, dass du mitgemacht hast. Bitte. Tschüss. Tschaui. Und Freunde, an der Stelle muss ich nochmal sagen, falls es auf jeden Fall ein paar Leute gibt, die die Fragen nicht direkt beantworten können, dann helfe ich diesen Leuten natürlich, Freunde. Ihr seid alle meine besten Freunde. Und deswegen helfe ich euch gerne, damit ihr alle Bubuks bekommt. Und Freunde, an der Stelle möchte ich nochmal meinen Zweitkanal Lami Gaming erwähnen. Freunde, es wäre richtig cool, wenn ihr den alle abonnieren könntet und wieder wirklich mal die 50.000 Abonnenten knacken. Also ja, Freunde, abonniert alle meinen Zweitkanal Lami Gaming. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und Freunde, den nächsten, den wir jetzt einfach mal auswählen, ist, wie wäre es hier, mit Lami-Fan. So, den rufen wir einmal an. Hallo, Lami-Fan, bist du da? Hallo? Lami? Ey, was geht ab, Lami-Fan? Sag mal, wie heißt du? Josy? Josy? Okay, Josy, du weißt, wie das Ganze abläuft, ne? Ich stelle dir jetzt eine Frage und dann hast du die Chance auf Bubuks. Aber, Josy, die Frage ist jetzt ganz, ganz schwer. Bist du bereit dafür? Ja. Okay, aber die Frage können wirklich nur richtige Lami-Fans beantworten. Bist du ein richtiger Lami-Fan? Ich meine, du heißt ja auch Lami-Fan. Ja, seit Dezember. Seit Dezember? Okay, okay, dann könntest du das vielleicht wissen. Also, ich hoffe mal. So, Josy, die Frage lautet, gegen was bin ich allergisch? Ach, das ist eine gute Frage. Nur gut, dass ich ein Video geguckt habe. Du bist allergisch gegen Äpfel. Ja, Josy, das ist absolut richtig. Oh mein Gott, das hast du richtig gut gemacht, Josy. Dafür verdienst du auf jeden Fall ein paar Bubuks von mir. Das ist lieb, danke schön. Aber, Josy, wenn du willst, kannst du noch irgendwas sagen oder irgendjemanden grüßen? Ja, auf jeden Fall grüße ich meine Schwester, weil sie ist nämlich auch ein Fan von dir. Oh, okay, okay. Sehr interessant. Ist deine Schwester gerade bei dir? Leider nicht. Oh man, dann hätte ich ihr auch noch eine Frage gestellt. Aber du kannst mir gerne nochmal den Namen von deiner Schwester geben. Dann bekommt sie auch gerne Bubuks. Okay, Josy, dann war es das auch schon. Und danke, dass du mitgemacht hast, ja? Bitte, bitte. Okay, tschaui, Josy. Tschaui. Freunde, ich glaube so langsam, ich unterschätze euch. Ich hätte wirklich niemals damit gerechnet, dass mir jemand diese Frage so schnell richtig beantworten kann. Aber ich habe euch wirklich unterschätzt, Freunde. Es tut mir leid. Aber kommen wir einfach mal direkt zur nächsten Frage. Okay, okay, okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen die nächste Person hier raus. Wir scrollen mal ganz nach unten. So, wen haben wir hier? Lami's Salami Pizza. Okay, ich würde sagen, Lami's Salami Pizza rufen wir einmal an. So, hallo? Lami's Salami Pizza, bist du da? Oha, hi Lami. Oh, hallo, Lami's Salami Pizza. Sag mal, wie heißt du? Emily. Warum heißt die da Emily? Oh, Mann. Okay, Emily, du weißt ja, wie das abläuft, ne? Du bekommst jetzt eine Frage von mir. Und wenn du die richtig beantwortest, dann bekommst du auch Bubux. Bist du bereit? Ja. Okay, seit wann bist du ungefähr schon Zuschauer von mir? Fast seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr. Ja, okay, dann solltest du die Frage auf jeden Fall beantworten können. Und zwar lautet die Frage, wie viele Abonnenten hat ungefähr mein Lami Gaming Kanal gerade? Äh. Das muss nicht die genaue Zahl sein, das kann auch so ungefähr sein. Ich glaube irgendwie so 30.000 Abonnenten. Ja, ja, rechne das nochmal plus 5. Wie viel ergibt das? 35.000 Abonnenten. Genau, das ist absolut richtig. Du bekommst auf jeden Fall die Bubux. Okay. Und Emily, möchtest du noch etwas den Zuschauern sagen oder irgendjemanden grüßen? Alle Lami abonnieren und ich möchte noch meine BFF Marie grüßen und meine ganze Klasse. Okay, in welche Klasse gehst du? In die siebte. In die siebte. Oha, okay, okay, okay. Dann grüße an deine Klasse und an Marie. Und ich hoffe mal, du schaust weiter in meine Videos, okay? Ja, natürlich. Okay, sehr gut, Emily. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschaui. Tschaui. Und Freunde, wir machen einfach mal direkt weiter mit dem Nächsten. Und zwar nehmen wir dafür einfach mal hier, Tairobi HD. So, wir rufen ihn an. Hallo, Tairobi, bist du da? Ja. Ja, was geht ab bei dir? Nicht viel. Mein Bruder hat heute Geburtstag und ich wollte ihn eine kleine Freude machen. Was? Dein Bruder hat Geburtstag? Du beantwortest jetzt eine Frage von mir und wenn du die richtig beantwortest, dann bekommen du und dein Bruder Bubux, okay? Okay, die Frage lautet, wie viele Videos ungefähr habe ich schon auf meinem Lami-Kanal hochgeladen? Ja, das sind auf jeden Fall eine Menge gewesen. Das muss auf jeden Fall nicht die genaue Zahl sein, aber ungefähr. Was denkst du? Hm, also ich habe irgendwas von 1300 mal gelesen, aber ich bin mir nicht so sicher. Okay, lockst du das ein? Ich bin mir nicht also sicher. Also ich kann dir sagen, du bist sehr, sehr nah dran. Okay. Machen wir das so. Wenn du 1300 minus 150 ungefähr machst, wie viel ergibt das? Ich glaube, ich habe sogar meine Antwort. Okay, sag. 1150, glaube ich. Genau. Das ist, glaube ich, ungefähr richtig. Ja, so viele Videos habe ich schon hochgeladen. Und damit bekommst du und dein Bruder Bubux, okay? Wie heißt dein Bruder? Muss ich mal kurz nachgucken. Der hat ein paar Zahlen hinten dran. Okay, und wie heißt dein Bruder in echt? Mein Bruder heißt in echt Tim. Tim, okay. Leute, da würde ich sagen, schreibt alle alles Gute an Tim in die Kommentare. Ich glaube, dann würde der sich freuen, oder? Ja, da würde er sich sehr freuen. Das freut mich auch. Liebe Grüße geht raus an meine Familie und an die ganze Lami-Army. Sehr, sehr cool. Okay, Taroui. Dann danke, dass du mitgemacht hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, okay? Okay. Schönen Tag dir noch. Dir auch. Ciao. Ciao. Und Freunde, ihr müsst mir mal unbedingt sagen, ob ihr solche Videos öfter sehen wollt. Also Videos, wo ich euch anrufe. Aber Freunde, da gibt es ein kleines Problem. Und zwar gehen mir langsam echt die Fragen aus. Aber Leute, eine Frage habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Und Freunde, die Frage stellen wir einfach mal. Ähm, hier. Wie wäre es mit Bella Lami-Fan? Die rufen wir einmal an. So, Bella. Hallo. Ciao, Bella. Bist du da? Oh mein Gott, bist du das, Lami? Ja, bist du das, Bella? Ja. Was geht ab, ey? Du bist jetzt hier live im Video dabei. Und ich stelle dir jetzt eine Frage. Und wenn du die richtig beantwortest, dann bekommst du Bubux, ne? Okay. Okay. Bist du bereit für die Frage, Bella? Ja. Okay, sehr gut. Die Frage lautet, was war mein 300.000 Abonnenten-Special? Also ein Tag in Real Life. Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Das war es auch schon, Bella. Also ich habe einfach nur einen Tag in meinem Leben gezeigt. Das war die richtige Antwort. Okay, cool. Damit hast du auf jeden Fall ein paar Bubux gewonnen. Sag mal, wie viele Bubux hast du gerade? Keine. Bubux. Du hast keine Bubux? Ich habe keine. Oh, oh. Okay, dann werde ich dir auf jeden Fall einen Pass schicken. Und dann kannst du dir das Lami-Cape kaufen, okay? Okay, danke schön. Okay, Bella. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Oder möchtest du irgendjemanden grüßen oder so? Okay, also ich grüße meine Freundin Ella und meine Freundin Lia. Und mein Bruder, er ist auch gerade neben mir. Oh, okay. Dein Bruder ist neben dir. Hört er mich? Ja, er hilft dich. Okay, warte mal. Hallo, Lami. Hallo. Warte mal, willst du auch eine Frage beantworten? Ja. Okay, okay. Sag mir, wer ist mein Lieblingsfußballspieler? Christian Ronaldo. Ja, sweet. Okay. Du kannst mir auch gerne deinen Roblox-Namen mal ganz schnell schicken und dann bekommst du auch ein paar Bubux, okay? Möchtest du noch etwas sagen oder jemanden grüßen? Also, ich grüße die Ella, habe ich schon gesagt. Und die Lia. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, okay? Okay. Tschüss. Tschüss. Tschaui. Freunde, jetzt mal ohne Witz. Ich könnte wirklich den ganzen Tag mit euch reden. Aber bevor wir jetzt das Video beenden, muss ich auf jeden Fall noch einen kleinen Wettbewerb machen. Und für diesen Wettkampf werde ich nicht nur eine Person anrufen, sondern gleich drei. Und diese drei Personen werden mir dann eine Frage beantworten. Und die Person, die dann als erstes richtig beantwortet, die bekommt dann Bubux. Und ich würde sagen, die auserwählten Kandidaten sind einmal Lamis Döner. Dann holen wir noch einmal hier den blauen Wal. Und als dritte Person nehmen wir hier, Lami, ruf mich an. So. Hallo? Seid ihr alle da? Ja. Ja, Lami. Ja. Okay, okay, okay. Warte mal. Lamis Döner. Warte mal, du bist Emmy. Ja. Oh, Mann. Okay. So. Ihr drei müsst jetzt einen kleinen Wettkampf machen, okay? Oh, oh. Okay. Okay. So. Die Frage lautet, ihr müsst jetzt wirklich ganz, ganz aufpassen. Das ist keine normale Frage. Ihr müsst jetzt hier ein bisschen nachdenken, okay? Okay. Also. Es gibt einen Raum mit zehn Bananen. Als Bananen, die dann in den Raum reingegangen ist, wie viele Bananen waren nach einer Minute noch übrig? Die Person, die als erstes richtig antwortet, bekommt Bubux. Hat keiner von euch eine Idee? Fünf? Ja. Wie kommst du auf fünf Bananen? Äh? Elf? Ja. Ich verstehe den Gedanken, aber elf sind es auf jeden Fall nicht. Eine? Eine? Ja. Lockst du das ein, blauer Wal? Ja. Das ist richtig. Okay. Wollt ihr noch irgendetwas sagen oder irgendjemanden grüßen? Ansonsten blauer Wal oder Pia? Wollt ihr noch etwas sagen oder jemanden grüßen? Alle meine Freunde grüßen. Okay. Aber danke, dass ihr mitgemacht habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, okay? Darf ich noch jemanden grüßen? Klar, Pia. Du darfst auch jemanden grüßen. Meine BFF Lisa. Lisa? Okay. Dann schöne Grüße an Lisa. Und danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Okay, Freunde. Wie gesagt, geben wir auf jeden Fall die Fragen geradeaus. Aber ich glaube, auch für heute sollte das erstmal reichen. Also, Freunde. Schreibt mir auf jeden Fall ein paar richtig coole Fragen in die Kommentare. Oder falls ihr noch ein paar Verbesserungsvorschläge habt für dieses Format, wo ich Zuschauer anrufe, Dann schreibt sie auch gerne rein. Und dann werden die Zuschaueranrufvideos noch viel, viel cooler. Und, Freunde. Hier natürlich nochmal der Beweis, dass die ganzen Leute die Bubuks bekommen. Jeder bekommt 400 Bubuks, der im Anruf war. Und verteilen. Viel Spaß mit den Robux. Aber, Freunde. Das war es auf jeden Fall jetzt mit diesem coolen Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Damit ihr solche coolen Videos nie wieder verpasst. Und, Freunde. Jetzt könnt ihr links und rechts auf der Seite die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auf jeden Fall auch mega, mega cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und tschaui.